Heute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute ist mein Fidget Spinner angekommen. Kein normaler. Hier, wir betrachten ihn mal so von der Nähe. Hier ist er. Hier diese Töne sind sehr groß, kann man ab und anschrauben. Muss alles so zusammengeschraubt werden, wie man hier schon das sieht. Hier ist alles so abgekranzt. Und hier sind ein paar Löcher. Hier. Und das ist richtig krass. Der kommt aus Japan und ist aus echtes japanisches Brause. Den haben wir in Gold bestellt, aber Gold ist meistens bei Spinner raus. Obwohl, wenn man genau hinkommt, ist eigentlich Gold irgendwie. Ja, aber es ist schon eigentlich japanisches Gold. Ne? Richtig, ne? Und... Ja, also für den Spinner hat er schon etwas gekostet. Vielleicht kann ich euch ja jetzt ein paar Tricks zeigen. Viel Spaß. Den nenne ich den Spinner C. 2.0. Oh, warte. Ich halte ihn in der Luft. Okay. Also das ist mein Fidget Spinner. Aus Japan bestellt. Das hat jetzt 14 Tage gedauert bis der mal endlich ankommt. Sehr gut Richtig, wenn ich Spaß zurückkomme. Ich halte mich unter. Komm, jetzt Doch. Die. 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 Die.